Musik 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 Música Soy en el Abismo del Real Yo soy Alejandra y... Joni Und heute sind wir hier in der Panama City Ink Fest 2010. Wir wissen alles, was hat es mit Tatuagen, Piercings, Menschen aus Spanien, Colombia, Costa Rica. Wir machen Tatuagen, Piercings, Implanten, wir sehen uns hier. Wir sehen uns hier in der Panama City Ink Fest, die Leute von Tatuagen sind von Tatuagen. Die haben eine lange Zeit, alle alle die kennen, viele viele von Arbeit kennenlernen. Junito, Juan Felipe, Raymond. Der Herr Reymann ver섰t sich für alle Före, die sich für die Pföre machen, die die Pföre machen, um hier zu machen. Hier ist es, eine hier, eine hier. Eine hier. Eine hier im Ombligo. Meine hier ist ein Pföre, die es Ihnen nicht. Eine Pföre, die zwei Pföre, die haben hier die Pföre, die sind die Pföre, die hier zu tragen. es super hermoso, ihr könnt es auf www.tatoevolucion.com 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 und hier ist der Junito, die viele hier in Panamá lo kennen, eine lange Zeit, hier gibt es viele Sprecher, weil es die Junito gibt, wie es nicht! Und zum Beispiel, hier gibt es ein bisschen Ich bin gerade draußen, hier gibt es ein bisschen Unser ist es jetzt, Herr der luôn, zu den Gämmen, den Tatooien zu gingen. Wir sind hier in DatoeVolucion, also die meisten des anderen zu haben, den Tatooien hier in DatoeVolucion werden sie sehr gut in diesem Treffen, hier sind wir, Sie haben uns sehr gutachtet, von diesem Tag zu sehen, und wir sind all die Hintern, dass wir alle schon hier hier machen, von ihrem dann in DatoeVolucion und breit election, nationales, internationales, vengan para conocer y para que vean Arte Vida. Organizador de Panamá City Infest 2010, aquí en Panamá. Bueno, Ramón, ¿cómo estás? Hola, bien. Bueno, básicamente este es el segundo año que nosotros hacemos esta convención, pero que en realidad no se hace imposible si fuera por el apoyo de los artistas que vienen y de la gente que viene. Hey, guys, this is Ellen Ring, the Panama Insider, taking you deep inside with Junito in the mix with Tattoo Evolution. Get your discount card here at thepanamainsider.com, save 20% with Junito and his crew, or get a piercing with your second one 50% off. These are the guys, this is where it's at. Welcome to the Panama Insider. Come and get yourself. Recuerden que si entran a la página de panamainsider.com, van a aprovechar la promoción de 20% de descuento en su tatuaje y 50% de descuento en el segundo precio que se haga. Se ve bien. Seguimos con Moc en la forma de vida. Recuerden visitarnos en las páginas de nosotros en Facebook y vernos a través de Yuclid. Moc con la cultura. Yuclid. 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 Que es lo que es mi hermano. Yuclid aquí, pasando la chile con mi hermano que lo está tocando. Tú sabes, ¿no? Las batas de dolor, hermano. Yuclid. 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 Estamos con el grupo Calavera aquí en el Panama City King's Fest 2010 y ellos, a ver, Sie wissen, wer sind? Wir sind eine Band von mehr als 8 Jahren. Wir haben eine Band-Panama Rock, mit denen wir uns gespielt haben. Wir sind ein Rapp-Core. Wir haben auch ein Gesang, Sieg-Me, Libertad, die wir uns kennenlernen. Wir haben uns jetzt mit einer neuen Produktion. Wir sind ein MySpace, Kalabera, Kaukai und Kauwe. Ich kann es nicht mehr so gut sein, sondern mehr so gut sein und mehr so gut sein. Das sind Silicone implantes. Das ist wie die Zähne. Die gleiche Formation, die gleiche Formation. Die Forma de Vida de Panamá sind in Adelante, mit dem wir das hier mit Ihnen. Un saludo für alle Leute aus der Forma de Vida, hier aus der Panamá City Fest. Das ist schön. Ah, ja, die Forma de Vida. Die Forma de Vida. Du weißt du wie es? Du weißt du wie es. Du weißt du wie es? Du weißt du wie es? Kun ich zu werden? Das kann man vor? Du weißt du wie es und zur Zeit Revelation Inside